In der zweiten Folge der Hoffenheim-Karriere, Super League Extreme. So, wir gehen in die Pressekonferenz rein mit der TSG Hoffenheim und freut euch schon mal aufs Spiel, denn da gibt es etwas Spezielles für euch. Hier wieder der Typ mit seiner sexy rosa Rasterlockenfrisur oder was das ist. Wie wirkt sich die Vorbereitung auf die Aufstellung für das erste Pflichtspiel aus? Ich vertraue meiner Mannschaft, wir arbeiten jeden Tag hart. Wir arbeiten jeden Tag hart. Kann der Aufstieg für Hoffenheim wirklich Realität werden? Wir werden alles versuchen. Ich möchte jetzt keine großen Töne spucken für einen Dritt-Super Leagueist. Kader Zsabek war in der Vorbereitung schwach, gehört er beim Saisonstart zur Startaufstellung. Kader Zsabek ist ein wichtiger Mann, bei Hoffenheim ist die Wahrheit. Ups. So, und damit gehen wir gleich ins Spiel rein. Bis gleich. So, mein Leute, ich melde mich hier nochmal, um mich vielleicht bei euch zu entschuldigen, wegen dem Ton, der gleich ist. Also, irgendwas ist schiefgelaufen und dadurch hört man einfach einige Sachen sehr komische. Werdet gleich hören, was ich meine. Auf jeden Fall tut mir leid, ich kann da nichts dran ändern. Also, ich muss das mit reinnehmen. Ich kann das auch nicht rausmachen aus dem Video oder nochmal aufnehmen. Das klappt nicht. Deswegen, tut mir leid für diese Qualität. Ich versuche es euch halbwegs, also ich versuche es euch so weit es geht, erträglich zu machen. Hier melden sich Holz, Internet TV und Benix AMG zum Kommentieren dieses Spiels. Hallo, Benix AMG. Hallo. Wir kommentieren hier das Spiel der vermeintlich stärkeren TSG Hoffenheim gegen Crystal Palace in der dritten Super League. Durch eine Reform sind halt die besten Vereine, die besten 92 in die Super Ligen gekommen. Und damit das auch mehr Vielfalt gibt, wurden viele Länder reingetan. Statt eventuell vermeintlich besseren anderen Vereinen. So, Benix, wie siehst du das Spiel? Was denkst du, wie wird das ausgehen? Mach mal deinen Tipp. Also, ich denke... Also, ich denke, es wird ein 2 zu 1 geben. Für die TSG aus Hoffenheim. Also, ich finde es sehr schwer. Wie siehst du, was siehst du so für ein Ergebnis? So, jetzt die erste Ecke. Getreten auf Kader Zsabek. Der vergibt. So, die erste gefährliche Chance. Sehr, glaube ich, ein 3 zu 1. Ah, okay. Wie viele Tore wird Kramaric dieses Spiel schießen? Das ist die große Frage. Kramaric, der große Star von TSG Hoffenheim. Ich denke, bei meinem 2 zu 1 Tipp wird Kramaric beide Tore schießen. Oh, hier. Ich stehe. Ich denke, er wird ein Tor schießen. Bisher sehe ich Hoffenheim definitiv vorne, auch wenn jetzt ein kleiner Vorstoß von Crystal Palace kommt. Hat Hoffenheim bisher die Nase vorne. Aber jetzt Wilfried Zaha, der Star von Crystal Palace. Und da steht es 1 zu 0. Wie fandst du das gemacht? Ich fand überragend gemacht, dieses Dribbling von Wilfried Zaha. Was würdest du... Ach, das war Batschua. Oh, jetzt die Chance von Hoffenheim und da ist es das 1 zu 1 von Dabur gegen Crystal Palace. Ähm... Wenn sie sich nochmal danach nochmal... Das ist 2 zu 1. Hättest du erwartet, dass Crystal Palace hier zur Halbzeit wahrscheinlich in Führung geht? Niemals, oder? Nein. Hätte der gesessen, da wäre das Stadion. Aber mal hätte es sowas von Kopf gestanden. Hier sehen sie kurz die anderen Ergebnisse. Ja. Es sind halt alles sehr knappe Spiele in dieser Liga. Und was ist dein Fazit zur Halbzeit? Wie siehst du bisher das Spiel? Ja. Ich denke, auch wenn es so aussieht, als würde Crystal Palace gewinnen. Ich denke, Hoffenheim hat bis jetzt einfach die Gegner nicht richtig wahrgenommen, denke ich. Okay, eine interessante These. Und deswegen... Aber jetzt rütteln sie sich richtig wach und werden jetzt in der zweiten Spielzeit... Halbzeit, jetzt, Halbzeit, ähm, wenn sie jetzt, ja, noch 2 Tore schießen und gewinnen, ja. Ja, hier sieht man schon den Trainer am Rumexperimentieren, wer wo spielen könnte. Und er entscheidet sich im Endeffekt dafür, Samaseku gar nicht zu bringen. Sondern... Skoff... Vielleicht ist es ja auch einfach eine bessere Entscheidung. Ja. Crystal Palace mit dem Anstoß und direkt mit dem Ballverlust. Robert Skoff... Gerade vom Außenverteidiger zum Stürmer umgeschult. Weil der Trainer der Meinung war, so funktioniert das besser. Hier frisch am Ball und scheitert am Torhüter. Sagt er ja, ich glaube, sie haben eine gute Chance in der Halbzeit, aber... Eine Ecke. Kramaric kommt nicht an den Ball. Da fallen gerade alle um. Und Posch nutzt diese Situation aus. Aber die Flanke kommt gar nicht. Traut sich etwas und geht raus aus dem Tor. Und die Ecke kommt nicht schlecht und im Endeffekt ungefährlich der Schuss. So, Robert Skoff... Rennt wieder durch. Er hat frischen Mut. Mit seiner zweiten Chance. Er spielt ihn rüber. Aber doch. Abgeblockt vom Innenverteidiger. Richtig starke Verteidigung. Und jetzt vergibt er diese Chance. Und so langsam muss Hoffenheim hier das 2 zu 2 geschossen haben. So langsam müssen sie den Ausgleich geschaffen haben. Wenn man solche Chancen nicht nutzt, kann man im Endeffekt auch das Spiel einfach nicht gewinnen. Und dann... Netzt er plötzlich ein. So. Kramaric. Er rennt durch. Er zieht ab und kommt nicht am Verteidiger vorbei. Aber Crystal Palace löst das nicht schlecht. Und hier muss Baumann wieder parieren. Also diese Mannschaft überrascht mich komplett. Ich hätte hier gedacht, das wird ein klares Spiel für Hoffenheim. Aber... Crystal Palace dreht hier komplett auf. Aber jetzt wird einmal kramarisch gefickt. Ich bin einfach sehr schlau. Und? Zieht ab. Und der ist nicht drin. Und jetzt nochmal Bebu. Der ist auch nicht drin. Also wie viele Chancen brauchen die denn noch? Sehr unglücklich hier auch mit dem Aluminium-Treffer. Aber so wird man das... So verliert man das Spiel. Und das Spiel? Jetzt nochmal schlechtes Spiel von Kada Zsabek. Batshuayi lässt die Zeit runterlaufen. Oder? Er spielt nochmal rein. Auf Benteke. Die sind heiß aufs nächste Tor. Und Oliver Baumann pariert. Wir sind schon in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Müssen es vorbei sein. Oliver Baumann geht jetzt nochmal raus. Und hofft diesen Ball zu kriegen. Aber was macht er da denn? Wird das Tor noch kommen? Von Crystal Palace? Nein, der Schiedsrichter entscheidet sich abzupfeifen. So, das Spiel ist 2-1 ausgegangen für die TSG aus Hoffenheim. Dann bedanken wir uns mal wieder, dass ihr dieses Spiel zugeguckt habt. Aber, was noch viel interessanter ist, wie wird der Trainer Holz Internet TV auf diese Pleite am ersten Saisonspieltag reagieren? Sind sie enttäuscht, dass zum Auftakt ihrer Hoffenheim-Karriere kein besseres Ergebnis gab? Oh, und er sagt, das hat heute nicht gereicht. Wir konnten nicht das abrufen, was wir wollten, weil wir keine echte Einheit waren, sondern ohne Teamgeist agiert haben. Die schwache Form von Karaszabek setzt sich auch in der Saison fort. Droht ihm jetzt das aus? Also, er ist ehrlich. Viel Geduld hat er nicht mehr. Er hatte gehofft. Karaszabek kommt wieder in Schwung, aber das ist nicht der Fall. Er wird langsam ungeduldig und er kriegt nicht mehr viele Chancen. Wie wirkt sich das Spiel auf ihr Selbstbewusstsein aus? Das Selbstvertrauen fehlt. Man hat es gesehen, viel zu ängstlich, außer dem Schuss von Kamaric. Und das Bild ist auch mal wieder klasse gewählt. Man sieht einen liegenden Spieler. Mit Loch in der Hose. Ja, genau so sieht man das. Das ist perfekt. Ich glaube, TSG Hoffenheim sollte einiges überdenken in den nächsten Spielen. Was unsere Spieler uns nach dem Spiel zu sagen hatten. Das Spiel war ja nun sehr enttäuschend. So. Ich bin kein Freund des Eigenlobs, aber ich bin mir sicher, ich hätte gegen Crystal Palace noch viel für uns erreichen können. Es war eine schwere Entscheidung. Auf jeden Fall. So. Munas Dabur. Ich bin nicht zufrieden, Boss. Mit dieser frühen Auswechslung wollen sie mir sicher eine Lektion erteilen. Und das, obwohl es im Spiel nicht lief. Ich dachte, ich wäre für sie ein wichtiger Spieler. Wie sollen ohne mich denn gute Ergebnisse rauskommen? Was sollte das? Mehr war bei dir heute nicht drin. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ich stehe zu meiner Entscheidung. Ich schreibe mir aber, du warst ausgepaut. Ich weiß, dass du immer alles gibst. Aber ich muss an die Zukunft denken. In den nächsten Spielen brauche ich dich. Da durfte ich keine Verletzung riskieren. Das ist schon besser. Ich hatte den nämlich nur ausgewechselt, damit ich Scoff bringen kann, weil er schnell ist. Jetzt mache ich wieder Trainingseinheiten. Dann sind wir direkt beim nächsten Spiel. Im nächsten Match hält wirklich viel von uns ab. Im Moment bin ich gut drauf und ich bin mir sicher, dass ich die Position von Staphilides viel besser ausfüllen könnte als er. Ich lasse Brenet jetzt einfach mal spielen, weil er hat High Pace und Geiger. Wir suchen Ersatzmittelfeld und ihm sollen wir die Chance geben. Und hiermit werde ich euch auch noch ein neues Feature zeigen. Nämlich die neue Art der Simulation. Was die so mit sich bringt. Erstmal Team-Management. Lasse ich. Also löse ich mein Versprechen 1. Dafür liegt es nicht im Kader. Und... Sonst... So passt das eigentlich. Dann simulieren wir mal das Spiel. Und ihr seht schon, wie die neue Simulation abläuft. Dann... Ich werde euch nur die Highlights aus der Simulation zeigen. Aber das ist schon mal... Okay, es lädt ganz schön lange immer, aber... Hier seht ihr es. Hier seht ihr es. Man kann wirklich richtig mal komplett zugucken. Und direkt schon Hoffenheim mit dem Ball gewinnen. Wer weiß, vielleicht wird es auch direkt die erste Chance. Nein. Man kann auch immer wieder einspringen ins Match. Zum Beispiel wie jetzt. Ich drücke einfach mal Viereck und bin dann im Game. Kann dann jetzt ganz kurz was machen. Ja, den Zweikampf verlieren zum Beispiel. Und wieder zurück in die Simulation. Und da wollte ich euch auch mal fragen... Soll ich dieses Feature nutzen oder soll ich immer mal wieder... Oder soll ich nicht immer mal wieder reinspringen ins Game? Die Nummer 10, wer war das? Dabur. Dabur macht Faxen. Der... Der... Bewirbt sich wohl dafür, wieder zur Halbzeit ausgewechselt zu werden. Gut verteidigt von Brennett. Und das 1-0 von... Schielko Diaz. Schielko Diaz. Danke für die Kontersituation. Starke Parade von Baumann. So, jetzt greife ich zum Beispiel mal wieder ein. Jetzt haben wir so eine Art Kontersituation. Und da kann ich auch einfach eingreifen und versuchen ihn selbst zu spielen. Und das 1-zu-1 durch André Kramaric machen. Stark rausgespielt. Kramaric tankt sich durch und überpast den gegnerischen Stürmer. Und mit dem tollen Jubel von Adebayo Akinfenwa schiebt er ihn links am Torwart vorbei. Und jetzt geht's wieder zurück zur Simulation. Flügel versucht sich in der Mitte durchzuspielen. Und es klappt 2-1. Lisandro Lopez. Auf die Nummer 16. Das ist André... Das ist nicht André Kramaric. Das ist Sebastian Rudi. Mit dem 2-zu-2. Oh. Oh, ganz knapp vorbei. Ja, und das ist dann jetzt auch Schluss. Ja, Spielende. 2-2. Racing Club hat im Endeffekt deutlich mehr und deutlich bessere Chancen gehabt. Deswegen bin ich ganz froh über dieses 2-zu-2. So langsam zeichnet sich ab, dass wir besser werden sollten. So, Brenet hat sich verbessert in der Gesamtstärke. Und eine gute Form. So, Transferangebot für Grilic. Den will ich zwar nicht verkaufen, aber wenn Angebot über 40 Millionen rumkommt, dann lasse ich ihn aber sowas von gehen. Es ist deprimierend, dass wir nicht gewonnen haben. Ich habe alles gegeben. Er hat gut gespielt. Aber das heißt nicht... Wieso eigentlich... Tun die so, als wäre die Leistung schlecht gewesen. Die Leistung war eigentlich relativ gut. So, Angebot von Granada angenommen. Ich würde jetzt nämlich erstmal verkaufen und dann würde ich Spieler einkaufen. Der EFL Cup, ganz ehrlich. Er ist unwichtig, der Carabao Cup, EFL Cup, wie man ihn auch nennen mag. Lassen wir einfach in der Schnellsimulation. Und die gewinnen wir sogar 2-0. Tore durch Ilas, Bebu und Dabur. Das lief gut, würde ich mal sagen. Das lief echt nicht schlecht. Dann wieder Training und wir sehen uns dann wieder im nächsten Spiel. So, unser Jugendspieler Donald ist jetzt vom ZM zum LM geworden. Abgeschlossene Entwicklung, darüber freue ich mich natürlich. Und wir sehen, welche Gesamtstärke er haben wird. Eine 49 ist eine Verbesserung um 2. Außerdem ist er auf der linken Seite als Rechtsfuß, womit ich auch schon mal zufrieden bin. Wir machen ihn zum aushelfenden Mittelfeldspieler, damit sein Pace einfach noch mehr hoch geht. So. Dann meldet sich noch Geiger bei mir. Letztlich werden sie sicher einen Ersatzmittelfeldspieler suchen. Ja, das ist deine Chance. Baumann möchte sich bei mir bedanken. Jetzt ist es besser. Jetzt ist alles wieder im Lot. Also er hat sich halt eine Kursfassung, er hat sich beschwert, dass es Spannung im Team gab. Jetzt hat er sich wieder bedankt, dass er mit mir sprechen konnte und ich das so offen aufgenommen habe. Und jetzt sind alle glücklich. So, wir spielen gegen Platz 1 der EFL League One und dazu wird es jetzt gleich was Spezielles geben. So, herzlich willkommen bei Hoffenheim Fan TV zu unserer Partie. Unsere Spitzenelf spielt gegen Betis Sevilla, den Tabellenführer. Und hier bin nicht nur ich, Holzinternet TV, sondern auch mein lieber Kommentator LN TV. Herzlich willkommen auch von meiner Stelle. Heute die heutige Partie zwischen Hoffenheim und Betis Sevilla. Ich bin gespannt auf diese Partie, könnte ein enges Duell werden. Ach Quatsch, wir hauen die 3-0 weg. Ach Quatsch, wir hauen die 3-0 weg. Komm, wir schießen die aus unserem Stadion. Ja, Baumann, du kannst das, perfekt. Schon mal gleich siehst du, wie die alle Angst vor dir haben. So, Anstoß für unsere Hoffenheimer. Anstoß, perfekt ausgeführt. Sie lassen den Ball super laufen. Daraus wird jetzt noch bestimmt ein Tor. Kevin Vogt, unser früherer Kapitän. Nur, unser Trainer hat einen Geistesblitz gehabt und gesagt, Oli Baumann hat die Kapitänsbinde mehr verdient. Was hältst du davon? Ja, auf jeden Fall, Baumann ist auch ein Führungsspieler in Hoffenheim. Spielt jetzt auch schon eine Ewigkeit bei Hoffenheim. Und der erste Angriff. Och, mach den doch rein. Da wäre Kramaric fast zur ersten Großchance gekommen. Ja, Spieler im Fokus sind auch unsere Nummer 27. Andrej Kramaric, der beste Spieler, den es derzeit gibt. Und gegen Fekir. Nabil Fekir mit der Nummer 8. Ist auf jeden Fall auch ein klasse Fußballer, aber man muss ehrlich sein, Kramaric ist besser. Definitiv. Unsere Mannschaft steht gut, während die aus Sevilla den Ball halten. Oh, Hübner wagt einen Ausflug, der aber belohnt wurde. Er weiß halt einfach, wie man das machen muss. Rudi, er hat Bock. Er hat Ideen. Er hat auch extra, um bei unserer TSG zu spielen. Und den Chip in die Mitte Kramaric mit der ersten Hübenschance. Doch, Claudio Bravo fängt den Ball sicher. Er fängt den ganz schön Bravo, was? Badum. Richtiger Schenkelklopfer. Ja, so kommt schon. Sebastian Rudi, der zeigt hier was. Der hat extra auf zweieinhalb Millionen im Jahr verzichtet, nur um bei unserer TSG aus Hoffenheim zu spielen. Das ist natürlich ein Satz für die Mannschaft. Ein Ehrenmann. Daran merkt man, dass er die Mannschaft liebt. Ja, Karaszabek mit einem Fehler, den Hübner ausgewartet hat. So, Andrej Kramaric. Jetzt hat Kramaric vor sich. Er wollte ihn rüberspielen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich glaube, er hätte mehr frühstücken sollen. Wie siehst du das? Ich glaube, der hat nichts gefrühstückt, aber der macht trotzdem heute seine Hütte. So, Karaszabek. Stark! Was für eine saubere Grätsche von Karaszabek. Boah, was für ein Tackling. Bei uns spielt. Bebu mit Tempo über den Flügeln. Da ist man schon kurz vorm Kommen bei der Grätsche. Bebu mit dem Chip in die Mitte. Leider. Also, jetzt ehrlich, zu der Grätsche, da kommt man schon fast, oder? So, auf unsere Nummer 27. Der trifft den eigentlich gut, aber dann wird er abgeblockt. So, Hübner auf unsere Nummer 27. Andrej Kramaric, der es aber nicht ganz hinkriegt, den Ball rüber zu. Jetzt Andrej Kramaric holt eine Ecke für uns raus. So, Sebastian Rudi lässt jetzt mal Stafelidis den Vortritt. Und der bringt den richtig gut auf Andrej Kramaric aus 1-0. Ach nee, Dabur. Dabur? Echt? Dabur mit dem 1-0 für unsere CSG. Dabur, ja. Ja, Mann. Ich konnte das aus der Distanz nicht erkennen. Und der Martin-Akin-Fenver-Jubel. Hey! 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 Okay, sorry. Habe ich mich ein bisschen mitgehen lassen. Das ist die erste Führung in dieser kompletten Super League. Jonas Dabur. Wichtig ist doch für die TSG. Das pusht die Moral auch noch ein bisschen. Ja. Sebastian Rudi? Oh. Betis Sevilla weiß gar nicht, wie sie hier durchkommen können heute. Noch nicht einmal durchgekommen. Einmal war es kurz davor und dann hat Kardasjavek diese Monster-Grätsche gemacht. Fekir. Fekir. Kein Wunder, warum er Ersatzkapitän ist. Ey, Schiri, das war doch nichts. Falschlos, Rebetis. Das war doch nichts, oder? Komm schon. Fekir! Der geht an den Pfosten, aber... Jürgen Kamaric. Schieß! Die Chancen entwickeln. Und die TSG spielt bisher ein sehr gutes Spiel. Verteidigt stark mit Offensivdrang. Und ja, weiter so machen. Ja, dafür wäre ich auch. So, jetzt sehen wir, welche Umstellungen eventuell gemacht werden. Und zwar Posch kommt in die Partie. Dann kommt noch Skow. Aber diesmal nicht in den Sturm, sondern auf den linken Flügel für Jakob Brün Larsen. Der... Das Spiel... Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, er hat schlecht gespielt, aber er war auch nicht gut. Nicht so auffällig, meiner Meinung nach. Ja. Dabur ist ein Gott bisher. Und hat auch das 1-0 für uns erzielt. Und so geht's auch weiter. Weiter in die zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit wird angestoßen von Sevilla. Und Hoffenheim macht direkt Druck. Oh, das war aber gerade nicht so gut von Sebastian Rudi. Fekir. So. Wendet den Raum auf Kanales. Staphylidis auf Kanales. Der hat ihn perfekt gedeckt mit seiner Grätscher. So. Fekir. Perfekt von Vogt. Vogt, der war ja letzte Saison, die halbe Saison zumindest, an Werder Bremen ausgeliehen. Aber jetzt ist er wieder in der Startmannschaft. Was hältst du davon? Starkes Comeback, oder? Ja, Vogt ist auf jeden Fall ein sehr guter Fußballer. Er hat auch schon öfters bewiesen, dass er auf jeden Fall in die erste Sieger gehört. Ähm, ja. Ach, das 1 zu 1. Was habt ihr denn da gemacht? Das 1 zu 1 durch Nabelfick hier. Noch so ein Ding und du verlierst die Kapitänsbinde, Baumann. Ja, auf jeden Fall gut rausgespielt, aber war auch schwer für Baumann zu entschärfen. Ja. Sehr schwer. Und? Aus so einer kurzen Distanz natürlich so ein guter Fußballer wie Fekir da. Wer hat trotzdem den Hälter schon mal halten können. Ich hätte gedacht, dass unser Kapitän den hält. Und jetzt auch wieder den Ball verschenkt. Also... Was soll das? Die Halbzeitumstellung haben sich bisher überhaupt nicht bezahlt gemacht. Jetzt werden wir wieder überspielt, aber Kadajabek kommt zurück. Mit einer Monstergrätsche, aber dann steht er zu spät auf. Fekir. Stark! Klasse verteidigt. Jetzt Bebu. Auf Kramaric. Auf Dabur. Ne, Dabur. Ja, auf Dabur. Ja, die beiden sehen von der Distanz sehr ähnlich aus. Richtig stark vom Rölle. Starkes Tackling. So eine Dinger müssen unsere Jungs machen. Ach nee, warte doch nicht, bis unsere Nummer 10 im Upside steht. Auch wenn das richtig geil gemacht war von Dabur. Trotzdem. Da kann man ruhig früher abspielen. Und Sevilla wechselt jetzt. Borja Iglesias kommt in die Partie. Schlechtes Positionsspiel von unserer, von unserem Rechtsverteidiger Kadajabek. Deine Meinung zu Borja Iglesias? Ja, kein schlechter Mann! Und er macht hier direkt das Tor. So langsam sollte der Trainer was anderes versuchen. Es lief in der ersten Halbzeit gut. Was die bisher liefern in dieser Halbzeit ist eine Frechheit. In der zweiten Halbzeit kaum offensiv dran. Genau das, was in der ersten Halbzeit sehr gut war. Dabur? Das war ein Foul! Kommen sie in der zweiten Halbzeit noch nicht richtig durch. Sevilla stellt es hinten gut zu. aggressiven Fußball. Ja. Aber das war ein Foul. Unser Dabur zaubert da. Und richtig stark von Baumann. Jetzt war es wichtig nochmal einen Großschuss zu entwickeln, um den 2.2 Ausgleich zu machen. Dabur! Auf gehts! Kümmert sich drum aber Claudio Bravo hält den. So, komm! Auf Iglesias! Perfekte Grätsche! So will ich das sehen! Sie bleiben dran! Sie pressen richtig stark! Iglesias! Und das dritte Ding! Mit Iglesias haben die wirklich eine klasse Auswechslung getätet. Der Sieg eigentlich für Sevilla so gut wie sicher. Der Wechsel von Sporta Iglesias hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Viertes Tor schon von dem Spanier. Der ist auf jeden Fall in guter Form. Auf jeden Fall. Leider ist unsere Nummer 38 noch nicht so in Form. Aber der kriegt doch kaum Pässe, um Tore zu schießen, unser Kramaric. Wenn er genug Pässe bekommt, ist er einer der Besten der Welt. Aber ohne die nötigen Pässe. Und was war das für ein Fehler von Vogt? Wenn du so weitermachst, kannst du direkt wieder zurück nach Bremen. Dabur. Können sie nochmal den Anschlusstreffer machen? Kramaric ist komplett lost von beiden gemacht. Hilfe! Was macht unsere Mannschaft da? Ach ne, jetzt ist wieder Iglesias durch. Iglesias mit dem Drag-Bag in der Ballrolle. Carvalho! Und das 4-1. Und jeder aus Hoffenheim sieht da so schlecht aus. Das Spiel ist aus. Betis Sevilla gewinnt mit 4-1. Dein Fazit zum Spiel? Ich bin einfach nur sauer. Ich bin enttäuscht. Wir haben hier eine richtig gute Ecke. Da hat Rudi Stafelidis den Vortritt gelassen. Da hat man richtig gesehen, was unsere Spieler eigentlich für Brüder sind. Auf jeden Fall. Die 1. Halbzeit war sehr stark von der CSG. Die 2. Halbzeit war das komplette Gegenteil. Wie die sich hier ausnehmen lassen. Das war auch gut gemacht von Betis. Aber das war peinlich von unserer Mannschaft. Und hier von Iglesias. Ich meine, Posch ist da 2-mal zu spät. Oder war das Vogt? Ne, Vogt war da 2-mal zu spät. Und er ist einfach durch. Das dritte Tor, genau das gleiche. Die verkacken das irgendwie. Und dann verschätzt sich Baumann auch noch in der Ecke. Das 4. Brauche ich nichts zu sagen. Das ist eine Frechheit. Was machen die hier? Es ist verdient, dass Sevilla das Spiel am Ende gewinnt. Aber nicht in der Höhe. Nichts da. Die 2. Halbzeit. Guck dir die Statistiken an. Das war ein ausgeglichenes Spiel. Die 2. Halbzeit war echt lächerlich von Hoffenheim. Im Ganzen würde ich schon sagen, wenn man die 2. Halbzeit schon sieht von Hoffenheim. Ja, aber die 1. Halbzeit war echt stark, muss man sagen. Und jetzt verweigert unser Trainer auch noch die Pressekonferenz. Kann ich aber auch verstehen. So, damit verabschieden wir uns vom Spiel. HolzinternetTV und LNTV sagen euch tschüss. Und bis zum nächsten Spiel von Hoffenheim-Fan. So, da sind wir wieder nach diesem äußerst enttäuschenden Spiel. Wenigstens eine gute Nachricht. Unser Jugend-RV kann wieder zum IV werden. Und verändert rein gar nichts. Ich glaube, ich sollte den Blödsinn irgendwann mal lassen. Bei sowas. Egal. Also, was soll man zum Spiel sagen. Wir haben gut gespielt bis zum 1-0. Und dann haben wir einfach komplett aufs Schnauze bekommen. So, dann würde ich sagen, wieder Training. Ne, doch nicht. Die Einheiten habe ich sogar gespielt. Dann simulieren wir mal das Spiel gegen Valencia. Oh, wow, 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 Grilic. Gut. Da gehe ich aber auch nochmal in die Verhandlung. So. Ich finde ja, die sollen mal nicht so rumgeizen hier. Scheiß auf Weiterverkaufsgebühr, jetzt mal ehrlich. Gut, 35 Millionen. Ich wollte schon sagen, Lazio Rom harzt ja auch nicht unbedingt unter einer Brücke. So, dann gehen wir gleich rein in die Simulation gegen Valencia. Vorher ein Transferangebot für Joshua Brennett. Aber ich habe kein Interesse, ihn zu verkaufen. Deswegen, naja. Auf jeden Fall gehen wir rein ins Spiel gegen den Tabellendritten. So. Da gehen wir rein in die Simulation. Valencia CF gegen TSG 1899 Hoffenheim. Hoffen wir mal, dass unsere Jungs da was holen. Ich hätte keine Lust abzusteigen, nachdem wir Aufstiegsambitionen gezeigt haben. Und wie schnell das in so einer Liga auch gehen kann. Außerdem haben wir 46 Spieltage und erst drei davon halt nicht gewonnen. Kopf hoch. So direkt der Angriff von Valencia und da ist nicht Kopf hoch. Direkt das 1-0 von Daniel was. Ich greife jetzt einfach mal ein, weil meine Mannschaft ja nichts gebacken bekommt. Und... Okay. Ich anscheinend auch nicht. Oh... Shit. Okay, die Pässe sind aber auch Müll von meiner Mannschaft, ganz ehrlich. Das war in den Ball, egal. Das juckt hier keinen. Ist nur eine gelbe. Und den Elfer, den halte ich eh nicht, also... Ja! Baumann! Ich hab ja gesagt, ich halte nicht, aber Baumann halt schon. 1-0 zur Halbzeit geht in Ordnung. Die Mannschaft hat nichts gemacht. Wow! Für die ganze Halbzeit der Ball nicht mal ins Aus gekommen ist. Das ist Müll. So, damit bin ich mit TSG Hoffenheim auf den letzten Tabellenplatz. Jetzt ist Grilic verkauft. Wie Csakcic sieht seine Zukunft hier nicht mehr. Es macht ihm keinen Spaß. Ich sag, ich frag ihn einfach mal, ob er uns im Stich lassen wird. Und ich kümmere mich mal auf dem Transfermarkt für Neuzugänge. Ich hab fast 100 Millionen. Da muss es doch den einen oder anderen Spieler geben, den man sich da holen kann. Wir sind dann wieder zurück. So, da haben wir unser Neuzugang. Luis Alberto kommt zu uns für nur... Okay, was heißt nur? 77 Millionen Euro. Damit haben wir einen Neuzugang im Mittelfeld, nachdem wir Grilic verkauft haben, der ihn besser ersetzen kann. So, statt Samaseku haben wir halt jetzt Luis Alberto sehr offensiv, aber... Ja, was soll man machen? Er kann ja die Position spielen. Wir sollten ihn dann halt zu einem ZM machen. Auf jeden Fall ist das gerade ein guter Neuankömmling, auf den auf jeden Fall mein Auge liegt. Und ja, ach, ja, ähm, ich hab im Spiel, in einem Spiel gemerkt, bei Entwicklung... Och man, ich kann das ja nicht tauschen. Die gehen ja jetzt neuerdings immer mit den Spielern mit, äh... ...dass Robert Scoff... ...ein viel besserer LM wäre. Also ein viel besserer äußerer Mittelfeldspieler als ein... Hier, genau. Genau das, was ich sagen wollte. Wir werden viel besserer LM als ein Stürmer. Und bei Luis Alberto können wir uns ja auch direkt drum kümmern. Da er ja auch nicht gerade weg, weit weg davon ist ein, äh... ...eine offensive Position... äh, Quatsch, eine... ...höhe Gesamtstärke zu kriegen. Würde ich sagen... Dynamo? Ja, komm, Dynamo. Weil er da ein bisschen verteidigen mit lernt. Damit war's das auch schon, und... ...wir können vorerst ins Spiel gegen Fulham gehen. Es sei denn, Bicakcic hat noch seinen Senf dazugegeben. Er hat sich... ...nicht... ...wegen meinem Gehalt gemeldet. Wegen seinem Gehalt gemeldet, außerdem hat er gesagt, dass er weg will. Wieso kann ich nicht meine Theorie seinen... ...Vertrag verlängern? Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt, und... ...aber okay, und ach ja, was ich meinte mit, äh... Er ist auf der Außenseite besser aufgehoben. Er hat im LM einfach höhere... ...Pluspunkte als im Sturm. Und damit würde ich... ...Scoff im LM spielen. Man sieht's, er hat sogar 2 mehr. Okay, er ist auch ein guter... ...LM. Muss man ja nicht sagen von den Stats her, das sind perfekte LM-Stats. So, dann würde ich sagen, Schnellsimulation. Denn... ...die gewinnen wir hoffentlich mit 1 zu 0. Ilas Bebu, stark, Junge. So ist es doch schön. Dann würde ich mich sogar erst mal von dieser Folge verabschieden. Da im Format Super League... ...viel mehr Spiele stattfinden... ...als, ähm... ...normal. Mach ich die 2 Saisons nicht durch, sondern die nächsten beiden Spiele... ...gibt es auch erst mal in der nächsten Folge. Darunter, ähm... ...gegen Juventus Turin, so. Ich sag Samaseko mal, dass sich das Team... ...wöchentlich ändert und, ähm... ...ja, gegen Juventus Turin lasse ich mir noch was Besonderes einfallen für dieses Spiel. Und... ...und... ...dann... ...vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Holz-Internet-TV... ...verabschiedet sich von euch. Tschüss! Ja, und hier nochmal sorry, dass dieses... ...dass diese Folge so eeeewig lang geworden ist. Ja, aber, ähm, ihr könnt mich vielleicht verstehen, ähm... ...es ist etwas schwer, wenn plötzlich die dreifache Anzahl an Spielen im Monat ist, als man es sonst gewohnt ist und... ...man was Spezielles draus machen möchte, so, ähm... ...außerdem war das mit Hoffenheim-Fan-TV doch sicherlich witzig, also... ...ähm, ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, die nächsten Folgen kriege ich besser hin und nicht so lange. Und... ...seht das einfach als Doppelfolge, vielen Dank fürs Zuschauen und... ...tschau!